Es war nicht so lange, wie er in Melbourne gespielt hat, sondern etwas schneller. Und ich glaube, er wird versuchen, nicht so wie in Melbourne, mehr von der Grundlinie zu spielen, sondern mehr ans Netz zu gehen. Er hat es jetzt hier gezeigt, allerdings waren die etwas kurz. Und Camporese hat angedeutet, wie gefährlich er ist mit seinem verdeckten Passierball auf der Rückhandseite. Aber trotzdem wird Boris Becker sich davon nicht abschrecken lassen. Wir können uns erinnern an das toughe Match gegen Agassi. Und Agassi ist wirklich der beste Spieler von der Grundlinie. Die Eltern von Boris Becker. 40-0. Die Eltern von Boris Becker. 40-0. Die Eltern von Boris Becker. 40-0. 40-0. 40-0. Die Eltern von Boris Becker. 40-0. 40-0. Die Eltern von Boris Becker.